So. Am starten, ja. Ohne Panzerung und alleine. Mit der Longfin zum Hauptdoktor hole ich das Kokain, dann gehe ich über den Abwasserkanal rein und hole das Gemälde ab, das ganze mit Schalldämpfer und los geht's. Das sollte eigentlich gut funktionieren, die Kombination Kokain und Gemälde füllt mir die Tasche gleich. Was ja eine Bedingung für Elite ist. Ja spring ins Wasser, du kleiner Idiot täglich. Ja. Ja. Jetzt muss ich mich verstecken. weil der Kerl da runterkommt der würde mich entdecken wenn ich jetzt sammeln würde da muss ich warten bis er sich wieder wegdreht dann kann ich sammeln ich habe sonst keine andere Möglichkeit gefunden wenn ich den kille da vorne an der Strasse dann wird er seit neuestem da ja entdeckt von den Leuten die vorbei fahren und dann Alarm ausgelöst weg da weg da weg da das Boot ist auch noch da ist das nicht schön und jetzt runter zum Anwesen und im Anwesen darf ich natürlich nicht vergessen das Gemälde einzusammeln ich sage das jetzt so und da möge man lachen oder auch nicht aber es ist mir einmal passiert letztendlich alles gespielt wie immer und dann gemerkt oh die Tasche ist ja gar nicht voll oh scheisse ich habe vergessen das Gemälde einzupacken nicht ideal ins Wasser gekommen aber egal aber trotzdem relativ schnell ich habe ihn doch schon erwischt ich habe ihn doch schon erwischt und dann habe ich noch eine Seite und drinnen bin ich und dann komme ich zum Kernteil und dann komme ich zum Kernteil und dann komme ich zum Kernteil ich hoffe dass ich da einen Schlüssel bekomme dass ich unten rein kann da werden wir sehen und dann bin ich Das war's für heute. Ich habe den Schlüssel. Wunderbar. Und das Gemälde holen und den Save nicht vergessen. Der muss sich lautlos killen, sonst gibt es wieder Alarm und ich werde entdeckt. Also Save und dann noch das Bild im Rücken von mir. Schlüsselkarten kann ich alleine nicht benutzen. Muss man ja zu zweit sein. So, damit sollte die Tasche voll sein. Ist sie auch. Und jetzt muss ich nach unten. Hier oben müsste ich viermal hacken, da im schweren Modus. Aber ich habe einen Schlüssel. Unten rein. Und zweimal hacken. Einmal. Einmal. Und zweimal. So, und der Rest ist nun Handwerk. immer schön in den ruten Bereich rein und dort auch bleiben. Untertitelung des ZDF, 2020 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 So geht das Details werden wir gleich sehen 1,6 Millionen, irgendwas nicht schlecht Leute, 51, oh das neue Rekord für mich Unter 10 Minuten, das ist nicht schlecht 1,54 Millionen Okay, aber bekommen tue ich wirklich nur ausbezahlt 1,44 Millionen, weil ich habe ja noch Abgaben Ja, wir haben knapp 15 Uhr in 2 Stunden, 24 Minuten kann ich wieder starten, das heisst um 17 Uhr, 17.24 ungefähr und dann schicht nicht mehr Ja, wie schön wie schön wir da sind, das heisst um 16 Uhr, das heisst um 7 Uhr weil ich sie auf 4 Uhr in 3 Minuten kann ich wieder schon gesagt habe ich wirklich gut Und dann haben wir dann eben weiter